Ich habe mein Lieben in den Büchern verdeutet, um doch nicht die Welt zu verstehen. Ich habe in der Art Ruhe und versucht und bedeutet, um wieder die Dinge zu sehen. Doch langsam wird mir klar, ich halte mich wie ein Narr in den Kreis zu drehen. Mein Gott, ich bin am Ende, bin beim Griechisch und Latein. Mein Verstand läuft gegen Wände, was ich sehe, sehe ich nicht ein. Wie kann es möglich sein, gerechter Gott? Ich dachte, was uns weiterbringt, sind Einsicht und Verdien. Wie kann es sein, dass die Vernunft, die diese Welt erhebten soll, besiegt wird vom Zauber der Musik. Oh ja, man kann jeden belehrt und erziehen, man kann sogar nachher unterziehen. Der Mensch ist ein Zahler und soll erbühen, was war denn schon trug und wie viel. So viel schön fest für mich, du wunderbar, auch ich möchte mich ignorieren. Mein Gott, du weißt, ich machte mir meinen Schütter niemals leicht. Doch gerade der, der mich verlachte, hat Vollkommenheit erreicht. Wie kann es möglich sein, gerechter Gott? Ich dachte, was uns weiterbringt, sind Einsicht und Verdien. Wie kann es sein, dass die Vernunft, die diese Welt erhebten soll, besiegt wird vom Zauber der Musik. Wie kann es sein, dass die Vernunft, die diese Welt erhebten soll, besiegt wird vom Zauber der Musik. Wie kann es sein, dass die Vernunft erhebten soll, besiegt wird vom Zauber der Musik. Applaus Applaus Vielen Dank.